starten schon mal hier die Aufnahme oder wie so? Äh, jetzt guck ich doch erst zu, Alter. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Warte mal, ist jetzt die Aufnahme schon gestanden? Ja, ist die schon gestanden, Alter. Ach, du Heiliger. Äh, hallo, werte Freunde. Und wir spielen heute ein neues Spiel. Ich bin Naruto. Ultimate Ninja Storm 4. Was machen wir eigentlich? Ich weiß nicht, was wir machen. Was meinst du, wir haben ein Team oder ein Einzelkampf? Ich glaube, ein Einzelkampf ist erst mal besser. Oh, yeah, genau. Schwierigkeitsgrad machen wir hier super schwer, weil... Äh, safe? Okay. So, aber wir können nur vier auswählen. Okay, Daniel, du darfst mal auswählen, will ich sein. Okay, Sasuke, will ich sein. Welcher von denen? Ja, äh... Also, warte. Äh, warte mal, wir haben hier Sasuke, will ich sein. Mit dem coolen Auge, dann haben wir hier Sasuke mit dem anderen coolen Auge, dann haben wir den Sasuke, der total edgy ist, dann haben wir den Sasuke, der irgendwie ein bisschen edgy ist, und dann haben wir den, der irgendwie auf Rache aus ist. Und wir haben nicht nur das, wir haben noch den Erwachsenen, Sasuke. Der ist auch edgy, aber ich will den der Frache aus. Also, wir können hier verschiedene Jutsus, äh, einsetzen. Ja, damit kenne ich mich ja aus. Ja, ja, also, willst du, also ich, ich sag's mal so, willst du, dass du Feuer spuckt, oder willst du coole Blitze haben? Nee, Mann, ich, ich, ich will absolut Feuer haben, Feuer ist die geilste Scheiße. Das ist alles gut, okay, jetzt können wir, jetzt kannst du ausfüllen, was noch hier ist, hier, Mann, ey. Boah, da, ich will Dr. Eisenstein da, ja, genau, den da. Der da? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Ja, okay, kann gut sein. Also, das kann's nicht, aber egal, äh, warte mal, hier da, den, boah, der sieht auch böse aus, da, den alten Mann da, will ich ab. Nee, ja, ja, Ultra-Kombo-Jutsu klingt so viel einfacher und simpler, das nehmen wir. Ja, das finde ich gut, okay. Also, äh, vielleicht sollten wir erstmal gerade erklären, ich, ich weiß, dass, äh, Sasuke Sasuke heißt. Ne, das ist sein. Ja, das ist mir bewusst. Wir machen das nur für den Meme-Verhältnis. Vor, mich jemand umbringen will. Ne, das ist sein. Ne, das ist sein. Äh, aber ich hab von, äh, Naruto trotzdem keine Ahnung. Das ist okay. Boah, es ist da unten links eine alte Oma. Ja. Ja, die. Nein. Jo. 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 Okay. Dann, ich kämpf' gegen die Omi. Wegen die Omi, okay. Dann machen wir das hier mal. Oh, yeah. Oh, yeah. Wir kloppen uns jetzt voll cool hier. Ja. Ich hasse es nicht, ich will sie nicht. Nein. Los, Omi. Okay. Ja. Kriegst du das gleich alle auf die Schnauze? Ja. Wir verprügeln gerne alte Menschen. Habe ich recht, Claudio? Ja, klar. Das tun wir sehr gerne. Ja. 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 Ich will das tolerieren. Nein, ich hasse ihre Puppen. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse ihre Puppen, ey. Was ist das denn, ey? Nein, die soll weggehen. Ich kann die aufhören. Alter. Was ist das denn für ein geiler Move, den du da bringst. Ah, nee. Oh, oh, oh. Sie wollen dich abmurksen. Wir haben bei ihr gar keine Fertigkeiten ausgewählt. Ja. Ja, das stimmt. Weil sie nur eins kann. Oh, okay. Punkt. Das ist aber völlig in Ordnung. Kann die aufhören. Alter. Aber dafür du auf den höchsten Fertigkeitsgrad kämpfst. Respekt. Ja. Ja. Fäng dich um. My friend. Look at this. Ja, jetzt machen wir das ultimative Jutsu. Bist du bereit, Dami? Ja. Oh, yeah. Ich hab's nicht geschafft. Das ging daneben. Sieh sie einfach rausgewischt. Oh, yeah. Jetzt geht's ab. Okay. Ich sollte nicht erwarten, dass sie bei dem super schweren Fertigkeitsgrad sich einfach treffen lassen. Nee, ich glaub, das wär dann zu einfach. Aber da wird desto auf diesen Schwierigkeitsgrad spielst du echt gut, ey. Was sie auch so. Na, ich hätt's nicht sagen sollen. Verdammt noch mal. Ja. Okay. Aber die alte Frau ist bestimmt auch nur quasi der Typ Krill Gegner. Oh, jetzt komm her, alte Frau. Oh, jetzt komm her, alte Frau. Oh, jetzt komm her, alte Frau. Oh, mein Gott. Nimm das, alte Frau. Sie ist dead. Oh, yeah. Warte, das geht noch eine zweite Runde, oder? Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Das ist so, das ist so eine Art sekundäre. Oh, nein. Oh, nein. Sozusagen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, das ist doch schön, aber die Omi nervt. zähl doch nix oh da ist er oh guck mal wie du sie ja gerade zerlegt hast das macht mir doch gleich wenn du das schaffst natürlich okay vielleicht auch nicht du hast es nicht geschafft dann willst du wirklich ach man noch das ist wirklich riskieren hier noch zu verlieren wenn du deine technik finish machen willst ich denke da du bist erst beim ersten Gegner wenn du dich in meine Sache einmisch werde ich dich einfach zu erschmettern oh das ist doch nur ne alte Frau verdammt nochmal das genügt alte Lady die büchse alle amateure oh ja ist das so oh glückwunsch du hast ne alte Oma verprügelt fühlst du dich jetzt besser oder was ich glaube sie sogar mit S verprügelt finde ich sehr gut okay weiß eben wer gewonnen hat von den anderen beiden ich hoffe der Hokage nein den magst du also nicht warum weißt du das witzige ist dass ausgerechnet die beiden Charaktere ausgewählt die Puppen besitzen ich hasse es ach so okay okay aber er scheint wohl irgendwie die die dunkle Variante davon zu sein die böse Variante weil er die schwarzen Puppen hat nee kein Kuhro ist ein guter Boll warum sieht der dann so dunkel und böse aus ja äh weiß ich nicht das ist halt so ok na gut vielleicht lass ich mich auch nicht auch vielleicht lässt du dich umbringen oder was meinst du vielleicht lass ich mich auch mal treffen oder so warum ja das ist ja wenn du willst du eine coolen Attacke sehen oder so willst du also noch so viel äh so wenig Respekt hast von deinem Gegner ja ja klar dass du dich sogar absichtlich von ihm treffen lassen weiß ich nicht der super schwierige Schwierigkeitsgrad ist irgendwie nicht nicht schwierig irgendwie die machen irgendwie nie was aber dann wenn man gegen die Online Types kämpft boah nee du musst nur in der Einzigkeit zerlegen ja irgendwie schon ist ja witzig na du ah Alter guck dir das an ja na klar au au den wieder angezündet den Kerl au au oh oh ja jetzt ja nö er hat mich getroffen er hat Döselfüßler oder was rüber au alter geil hast du den Döselfüßler im Einsatz gesehen ja den hab ich schon echt gesehen der ist echt scheiße scheiße ich bin gar nicht mal so weit vor ihm ich unterschätze ihn total naja was ist das du siehst nicht gut aus Sasuke 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 na Sasuke warum hast du das dort verlassen ja warum hast du das dort verlassen wieso konnte Naruto wegen dir seine Ausbildung nie beenden achso genau so war das das finde ich sehr gut funktioniert das ah ne die Reichweite war nicht lang aber ganz kurz davor ja eigentlich schon das ist eine von seinen Attacken das er mit einem Baumstamm wirft ähm also dieser Baumstamm ist das sogenannte Tausch hierzu womit man quasi ausweichen kann also warte wenn ich angegriffen werde hier zum Beispiel dann kann ich sowas machen um so zu tun als 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 wäre ich irgendwie nicht da und hätte die ganze Zeit etwas anderes angegriffen oh guck mal ich bin so edgy ich bin oberkörperfrei und warum ja weil weil ich jetzt zu viel angeschlagen bin oder so achso ja oh jetzt kann ich erwarten das machen wir gleich mal oh yeah edgyness extreme Alter was ist das denn jetzt gerade hier vorhanden du siehst richtig ja auch hier was ist das für Flügel das ist nicht mehr normale Flügel das ist ja ok alles gleich habe alles gesehen aber das tut weh es ist so ich war auch schwarze Schidori machen wisst ihr Leute wenn ihr diese Serie nicht kennt und ihr seht das sie dann das ist das absolut verstörend ich weiß ihr kennt das so nicht weil ihr jeder der das hier anklickt kennt wahrscheinlich aus der Serie aber ich habe keine Ahnung davon ich bin höchst verstört aber hey Claudio weißt du was ja äh quasi ab morgen also ab Mittwoch ja erscheint auf Disney Plus die erste Episode von diesem äh Star Wars Anime da bin ich voll gespannt drauf boah ich kann noch mal cool machen wow wow ja starke Gedanken Handflügel warte das muss ich machen warte das muss ich machen boah das muss ich weiß what wow guck mal ey der hat keine Chance ok ich dachte gerade das ist abgeschritten aua nein jetzt jetzt komm schon oh oh scheiße ich hab gar nicht drauf geachtet ich bin schrecklich ey du hast doch eh noch ein Leben ja das ist ok aber es wird jetzt kein S aber der finale kampf muss halt ein bisschen spannender werden was du willst warum bist du schon wieder oberkörper frei ja eigentlich keine Ahnung ja eigentlich wow so das genügt oh komm oh edgy oh Gott soviel zum Turnier ich ich wünschte man könnte wenig wesentlich mehrere Leute machen aber leider nicht glaub ich aber hey wir können noch ein Turnier machen ja klar Sasuke Sasuke